Nur Arbeit war dein Leben? Matthäus, Kapitel 16, Vers 25-27 Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinet Willen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Warum ist der Glaube oder die Vermutung an die Evolution, also der Theorie vom Recht und Überleben des Stärkeren, nach wie vor so beliebt und vielbeschworen und sozusagen anerkannt in unserer Gesellschaft? Es ist für viele Menschen einfach die bequemste Lösung. Die Lösung vom Affen abzustammen, weil man sich ja dann auch nicht um seine Seele Sorgen machen müsste. Es ist aber ziemlich dumm, sich keine Gedanken über das zu machen, was nach dem unausweichlichen Tod mit einem geschieht. Und da passiert definitiv etwas. Manche glauben sogar, dass sie von Außerirdischen abstammen oder sogar selbst Götter sind. Andere, die zumindest glauben, eine Seele zu haben, versuchen selbst für deren Wohlbefinden zu sorgen, durch verrückte Dinge oder durch die Dinge, von denen sie sich irgendetwas erhoffen im Leben und im Sterben. Umgangssprachlich sagt man, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ja, und das stimmt sogar. Das ist korrekt. Wenn es nun einen Gott gibt, dann ist unser irdischer Reichtum oder auch unsere Armut – so ziemlich das Letzte, woran Gott Interesse hätte. Lukas 12, 20 und 21. Darum geht es nicht. Wir sollten vielmehr reich bei Gott sein, indem wir Schätze im Himmel sammeln, die auch nach unserem irdischen Tod für uns noch da sein werden und einen Wert besitzen. Matthäus 6, 19 bis 21. Hier geht es also nicht um das Recht des Stärkeren oder um evolutionäre Gegebenheiten. Hier geht es um den lebendigen Gott und seinen Plan und seinen Willen mit dieser Welt und auch um dein persönliches Leben, um den Sinn des Lebens. Und hier muss der Glaube an die Vergebung deiner Sünden durch Gottes Sohn Jesus Christus ganz oben stehen. Und zwar in deiner und in meiner Prioritätenliste. Das Kreuz von Golgatha muss sozusagen der Mittelpunkt unseres Lebens, unseres Glaubens sein und werden. Darauf baut sich alles weitere auf. Hier beginnt sozusagen mein Weg mit Gott, meine Jüngerschaft und Nachfolge und Heiligung und der Sinn meines Erdenlebens. William MacDonald schreibt in seinem Bibelkommentar hierzu folgendes. Der Herr sieht zwei Hindernisse der Jüngerschaft voraus. Das erste ist die natürliche Versuchung, sich selbst vor Unbequemlichkeit, Schmerzen, Einsamkeit oder Verlusten zu beschützen. Das andere Hindernis ist Reichtum. In Bezug auf das erste warnte uns Jesus, dass die, die aus selbstsüchtigen Gründen an ihrem Leben festhalten, niemals Erfüllung finden werden. Die jedoch, die ihr Leben rücksichtslos an ihn ausliefern und dabei nicht auf die Kosten achten, werden den Sinn ihrer Existenz erkennen. Die zweite Versuchung, nämlich reich zu werden, ist völlig irrational. Stellt euch einmal vor, sagte Jesus, dass ein Mann so geschäftstüchtig ist, dass er schließlich die ganze Welt besitzt. Diese verrückte Jagd nach Reichtum würde so viel von seiner Zeit und Energie kosten, dass er das eigentliche Ziel seines Lebens verfehlen würde. Was wäre es Nütze, so viel Geld zu verdienen, dann zu sterben und die Ewigkeit mit leeren Händen zu verbringen? Der Mensch ist auf der Erde, um Größeres zu vollbringen, als ein Vermögen zusammenzuraffen. Er ist gerufen, die Interessen seines Königs zu vertreten. Wenn er dieses Ziel verfehlt, ist sein ganzes Leben umsonst. In Vers 24 hatte Jesus den Jüngern das Schlimmste vorhergesagt. Das ist ein Kennzeichen des Christentums. Du weißt am Anfang genau, was im schlimmsten Falle auf dich zukommt. Aber du wirst nie damit zu Ende kommen, die Schätze und Verheißungen zu entdecken. Bahnhaus, ein Übersetzer, hat das schön ausgedrückt. Wenn man alles Unerfreuliche der Schrift gesehen hat, dann ist nichts, was einen noch erstaunen könnte. Alles Neue, das wir in diesem Leben oder im nächsten Leben entdecken werden, wird für uns eine Freude sein. Nun erinnert der Herr die Seinen an die Herrlichkeit, die auf das Leiden folgen wird. Er weist auf seine Wiederkunft hin, wenn er mit seinen Engeln in der überirdischen Herrlichkeit seines Vaters auf die Erde zurückkehren wird. Dann wird er die belohnen, die für ihn leben. Der einzige Weg zu einem erfolgreichen Leben ist, sich in diese wunderbare Zeit zu versetzen, sich zu entscheiden, was dann noch wirklich wichtig ist. und dann mit aller Kraft danach zu handeln. Soweit. Niemand lebt für einen anderen. Sicherlich kann und sollte man sich auch um andere Menschen kümmern. Das ist klar. Und es sollte ebenso selbstverständlich sein, dass man sich um seine Kinder und Angehörigen kümmert, aber keiner lebt letztlich mehr in seiner eigenen Existenz und seiner subjektiven Gefühlswelt als man selbst. Es kann daher auch keiner wirklich behaupten, immer nur für andere dagewesen zu sein und nie an sich selbst gedacht zu haben. Man kann durch selbstverordnete Selbstlosigkeit auch vor sich selbst davonlaufen und vor Gott. Wenn auf manchen Grabsteinen steht, nur Arbeit war sein Leben, nie dachtest du an dich, dann ist das eigentlich nicht das, was ein Menschenleben lebenswert macht. Arbeit muss sein, aber nur Arbeit? Und Arbeit als Lebensinhalt, ist das der Sinn des Lebens? Der Glaube hat Werke, keine Frage, aber es sollten Glaubenswerke und nicht Lebenswerke sein. Nur Arbeit war sein Leben, ist das glaubwürdig und wahr? Dieses Zeugnis gebührt auch keinem Menschen. Nur von Jesus Christus kann man so etwas sagen. Und wenn das Leben sonst nichts zu bieten hätte, wo bleibt dann die ganze Arbeit? Es geht doch letztlich nur um Gott. Wenn es ihn nicht geben würde und die Toten nicht auferstehen, dann heißt es doch, wie Paulus in 1. Korinther 15, 32 schrieb, Wenn ich als Mensch in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, Was nützt es mir, wenn die Toten nicht auferweckt werden? Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wenn also ein Gottloser nur für andere leben würde, wäre das nicht zwangsläufig anerkennenswert, sondern eher einfältig und naiv. Dann sollte man das Leben doch eher genießen und mitnehmen, was man kann. Aber Gott ist lebendig. Gott existiert. Das sollte alles ändern. Mein Denken und Handeln, meine Einstellung zu meinen Mitmenschen, meine Arbeit, mein Lebensziel, meine Moral, meine Hoffnung, meine Freiheit und nicht zuletzt meine Beziehung zum lebendigen Gott durch meinen Herrn und Erlöser, Jesus Christus. Es geht nicht um Erfolg und Selbstaufgabe, auch nicht um Humanität. Es geht um unsere Seele. Es geht um Gott. Von Natur aus haben alle Menschen eine kranke Seele und sie selbst zu heilen und innerlich gesund zu werden, ist etwas, das wir nicht können. Niemals. Es kostet zu viel. In Psalm 49, Verse 8 bis 11 heißt es, Und doch vermag kein Bruder den anderen zu erlösen. Er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen. Er muss davon abstehen, auf ewig. Damit er für immer leben könnte, die Grube nicht sähe. Denn er sieht ja, dass die Weisen sterben. Der Tor und der Nah kommen miteinander um und müssen ihr Vermögen anderen überlassen. Wir können also auch nicht für einen anderen Menschen zum Seelenretter werden. Nicht mit allem Geld und Einfluss der Welt. Wer diese wesentliche Feststellung der Bibel verstanden und begriffen hat, wird in allererster Linie Gott dienen wollen und nicht dem Geld. Lukas 16, 13 Schätze zu horten in Bezug auf den eigenen Seelenfrieden oder in dem Zusammenhang zu vererben, wäre so effektiv wie Sand in die Sahara zu tragen. Wenn wir Christen sind, dann sollten wir vor allem für unsere ungläubigen Angehörigen ein Zeugnis sein, für sie beten, ein gutes Leben, ihnen vorleben und auf andere Art und Weise Sorge zu tragen für ihre Seele. Sicherlich nicht, indem wir unsere Reichtümer in die Waagschale werfen oder sonst irgendetwas, was die Gnade Gottes und seine Barmherzigkeit ausschließen würde. Die alten, reichen Ägypter ließen sich nach ihrem Tod mit vielen Schätzen in Pyramiden begraben und einbalsamieren, um im Totenreich gut ausgerüstet zu sein. Sie wollten ihr Seelenheil und ihre Unsterblichkeit durch Kosmetik und Gold erkaufen. Sie glaubten an Vorsehung durch Macht. Soll man darüber weinen oder lachen? Es wird ihnen nichts helfen, wenn sie in ihren Sünden gestorben sind. Für uns Christen darf es glücklicherweise heißen, was Paulus in Philippa 1,21 geschrieben hat. Denn Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Und das ist auch genau die Botschaft, die wir durch unser Leben tragen dürfen, und die wir weitergeben sollen, bis Gott uns nach Hause holt. Das dürfen wir weitergeben. Im Glauben, im Vertrauen, auch gerade den Menschen, die uns nahe stehen, für die wir Hoffnung haben möchten, dass sie nämlich auch das rettende Evangelium ergreifen und nicht verloren gehen. Und diese Hoffnung, dass wir nach unserem Tod spätestens dann, wenn nicht die Entrückung vorher ist, dass wir dann bei Gott sein werden, dass Sterben tatsächlich nichts mehr ist, was uns Angst machen muss, weil Jesus Christus am Kreuz Sünde, Tod und Teufel besiegt hat und dass ich mit meinem Gott über Mauern springen kann und auch dieses irdische Leben mir keine Angst mehr machen muss, weil ich an Jesus Christus glaube, der für mich da ist und mich zum Ziel bringen wird. Gelobt und gepriesen sei sein Name, der Name, unter dem wir selig werden dürfen. Gott segne euch. Vertraue und Vertraue und Vertraue